Aber er stand am Ende trotzdem mit null Punkten da. Oh Mann. Löwe mit Putzen. Auch der kann flanken. Ja, ist nicht schlecht. Baumann und Klemmi mit Superparade nachgesetztes Tor. Gommes mit dem 1-0 für Zwickau. Ja, jetzt sollte er das Jubeln da vor dem Oberblock so ein bisschen unterbinden. Jetzt sind schon die Ersten auf dem Platz. Ja, und Altegit macht das völlig richtig. Sagt ihm ganz klar, wenn du das noch einmal machst, kriegst du runter. Das ist unnötig. Öl ins Feuer gießen. Zweckau führt. Nach 14 Minuten erstes Saisontor für Gommes. Das ist ein Mist. Bei aller Emotionalität. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. Das ist ein Mist.